Hey, Aufnahme, Freude, Freude! Tja, ihr hört's, Speed ist voll dabei, die Motivation kommt über. Es wird Zeit für eine neue Sankenland-Aufnahme mit euren drei Helden von Erklärungsnot. Speed-Turn-Harle, die meine Wenigkeit klungen. Dache, grüßt euch! Oh, licht nack schnacken, komm, wir nacken hier. Feuer frei, komm! Feuer! Genau! Die Zwillingsinsel wollen wir heute mal erkunden und vor allen Dingen auch von den Gegnern befreien. Wir wollten das eigentlich am Torque machen. Leider hatten wir nen Überfall und durch den Reparieren und allen Dingen hat es sich halt einfach zu lang gezogen. Genau, deshalb... Oh! Ich bleib unten! Aua! Ja, sorry, ich hab... Aua! Ich dachte, das war ein Gegner. Genau, wir wollten jetzt einfach die Insel machen, aber wurden leider überfallen zweimal. Wir mussten da erstmal wieder reparieren, wir wissen nicht. Vorsicht! Oh Gott! Ja, ich bin schon mal Klaus. Alter, der schreut sich doch nicht. Du, du, ich, 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 ich guck. Ich hab... Verschrumpflinde! Den hab ich, da ist noch einer. Seh ich nicht. Ich zur Zeit aber nicht. Oh doch. Schmeiß Granate. Hitten in der Ecke. Hab ich. So, irgendjemand hab ich getroffen. Ja, da ist tot, da ist tot, ja. Aber da ist noch einer, da kommt der noch. Hab ich. Sehr gut. Ist doch wirklich frei, kann ich luden? Ja, du kannst nur anfangen. Da ist jetzt rum, da. Ich hab nur noch drei Schuss. Okay. Bist du das hier vor mir? Ja, das bist du. Ja, ja, ja. Der ist über dir. Oh, 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 oh. Der ist mit runtergeflogen, ja. Da muss ich... Kann ich auch noch ein paar Schuss? Ich lude erstmal eine Kiste. Auch geil. Oh, aus dem Hirn. Ich lude noch das auf. Ist das nicht die Treppe hoch oder runter? Oder, Alter? Man sieht das aber überhaupt nicht nachts. Ja. Ja, das ist leider das Problem, Leute. Wir haben die Stirnlampe, aber ich hab sie nicht mitgenommen. Die hab ich leider vergessen. Äh, die hab ich extra mit Batterien aufgeladen. Ich bin da fast. Ich bin da fast. Ich glaub ich seh, ne? Ja. Hab noch einen. Nice. Da ist immer noch einer da. Ich hatte gehofft, ich geh mal mit der Munition, aber ich hab bloß noch drei Schuss. Nein! Ich rufle den Heini ganz oben drauf. Hat jemand noch... Speed, du hast doch noch Schuss. Wo ist der? Ich sah noch nicht. Ich bin an dir. An dir, vorbei. Komm mit. Äh, ja. Der ist irgendwo oben. Warte mal. Ich seh ne. Also ich seh, wo er schießt, aber... Ja, hab ich. Hab ich. Hab ich. Links den hab ich. Da ist noch einer. Rechts ist noch einer. Ja, das ist ein schwer. Wie kann er dort schießen? Ja, bist du vorsichtig unter. Ich bin an dir. Wie kann... Echt? Äh? Ich seh den dort net mal. Ich seh... Oh Gott, ich bin unten. Ich bin drüber gefallen. Okay, ich hab den drei mal getroffen. Scheiße. Wo bin ich? Hab ich noch... Erledigt? Die letzte Granate, die ich hab. Ich geh drauf. Okay, ich bin dabei. Ich bin unter dir. Okay, den hab ich erwischt. Okay, aber hier ist noch ein Gegner irgendwo. Muss man aufpassen. Kann man hören. Ah ja, ist nicht Ruhe. Okay, warte mal. Ich lute das mal. Es wird Tag, liebe Freunde. Es wird Tag. Gott sei Dank. Verdeck ist noch mal. Okay, das ist echt cool. Weil die auf der anderen Seite auch noch weitergeht. Wo ist der Sport? Da geht's hoch. Da geht's hoch. Ich seh ne. Ah komm. Ja. Warte, guck hast du, ob's das Video ist? Nein, nein, das ist halt das Video. Nein, ich bin drin. Hab ich, hab ich, hab ich gekillt. Sehr gut. Immer noch ein Gegner da. Immer noch jemand. Oh, du, du, du. Kann man auch nicht hoch. Doch, doch. Ich geh mal auf der anderen Seite runter. Ja. Ich guck mal auf den Locking-Evo von dir. Ja, ich seh dich laufen. Ich hab auch nur die Axt. Ich komm mal mit hoch. Ich glaub. Aha! Beim Speedy-Hazer. Ja, beim Speedy-Hazer. Hab ich, hab ich, hab ich. Sehr gut. Ja. Das war's. Okay, nice. Nice. Jungs. Great. Great Star. Da wollte ich mich abschnechen, der Figur. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so wie, wie so Hawaii heute ist. Das ist eigentlich ganz geil. Finde ich Gold. Ich, 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 also ich. Die ist ganz nett, ja. Ich find die ist so ganz geil. Ja, wir haben uns auch entschlossen. Der Flunder hat's gesagt. Wir werden's auch machen. Da vorne ist hier ne Flagge. Und ein Bett hin. Weil, vielleicht ist es ja so, dass die Gegner dann hier angreifen, aber nicht unsere Hauptphase. Vielleicht klappt das mal sehen. Wir werden's mal testen. Wäre doch. Finde ich das eine ganz gute Idee. Ja. Verorschen wir's Spiel vielleicht ein bisschen. Ja. Das kann man ja gut. Aber an sich, ja, als, als Hauptinsel find ich die auch nicht schlecht, weil du halt diese Kräuter hast. Die find ich ganz geil. Da kannst du halt ne Küche in die eine reinbauen und den anderen das. Interessant ist jetzt, okay, die Gegner spawnen nicht, wenn du deine Flagge stellst. Das ist cool. Aber alle 10 Tage spawnt ja der Loot der Insel. Ja. Also spawnt er dann auch, wenn du deine Flagge hinstellst, weil das wäre dann natürlich ungünstig. Weil hier oben zum Beispiel ist ein ziemlich cooler Aussichtsturm eigentlich. So. Ich find das eigentlich ganz geil. Ich baue jetzt mal hier oben aufs Dach die Flagge. Mach mal. Soll ich hab Holz abgebaut? Mach mal Holz. Soll ich da vielleicht auch hoch? Ne, da komm ich leider nicht hoch. Ein bisschen durch. Warte mal. Ist das bei mir? Ne, ne, ich bin auf der anderen Seite. Warum seh ich nicht wer wer ist? Das find ich so scheiße. Ne, von Weitem siehst du's nicht. Deshalb, sorry, hab ich euch Aschimus angeballert, weil man das einfach nicht sieht, ob das Gegner sind oder Ja. Mach ich mal genauso, ja. So, ohne was find ich denn jetzt die Flagge überhaupt hier? Äh, du gehst auf Bauen? Ja. Nicht auf Inventor? Ja, ja. Auf Bauen und dann aufs Bett. Aufs Bett? Aufs Bett? Ach, das ist ein Bett. Achso. Das vierte, das vierte, ja. Und das zweite davon ist Markierungsplacke. Ja. So, dann bauen wir die mal her. Ich würde grad sagen, ich stelle ein Bett, aber das kann ich auch gar nicht. Gut. Kannst du die aufnehmen? Kannst du hier, Harle? Ja, ich bin dabei. Also Markierungsplacke ist gesetzt. Nice. Okay. Au. Mechonische Teile. Das ist natürlich nice. Das nehmen wir jetzt gleich mit. Okay, ich bin für mich, haben wir wieder ein bisschen. Sehr geil. Der Tor ist voll. Ich muss mal. Stirbt man, wenn ich hier oben von ihr ins Wasser spring? Ja. Nein. Ins Wasser nicht. Nein. Das geht? Ja. Ja, das geht. Geronimo! Von Spaß! Klung so. Oh, Alter. Oh, Alter. Leckumier mich doch am Arsch. So, pass mal auf, wir haben wir jetzt. Hier draußen. Hier draußen, Harle. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich machen. Ähm. Was hast du hier? Chemische Substanz. Kann ich noch nehmen? Noch mehr als chemische Substanz? Ne, ja. Elektronische Teile. Geht gleich los, warte mal. Metallschrott, warte mal. Ich hab jetzt erstmal... Das kann ich ja nachher ausdecken. Ne, das behalte ich. Oh, ja. Bin der Fall. Hab ich elektronische Teile, Speedy? Wo hast du jetzt die Flagge? Da hast du die hingesetzt, okay. Pass auf, ich tue jetzt mal unten. Oh Gott. Ich bringe ans Wasser. Weiß drauf! Woo! Nice. So. Erste Kiste. Erste Truhe. Voll der Ort. Sieht so cool aus mit dem Sonnenuntergang. Mit dem Sonnenaufgang. Oh, ich suche mich aber scheiße. Sieht cool aus. Pass mal auf dort, wo das Maxim steht. Genau. Also der Flunder. Ja. Da ist ja so ein Boot. Ja. Alter. Okay, häng ich erstmal fest. Da stell ich jetzt mal schnell so ein Lagerfeuer hin. Dass wir da auch mal eins haben. Ne, klar. Ach, die Haie. Genau, ich hab noch nicht geguckt. Ja, also ich würde mal einen bitten, äh, zu mir zu kommen. Äh, ja. Ich kann gerade nicht die Kugel gerade nach Lagerfeuer. Lagerfeuer, äh. Muss ich mal gucken, wo das geht, ja. Ich bitte. Wo war denn jetzt Lagerfeuer? Die Frage ist ja eher, wo bist du? Keine Ahnung. Ich will nicht. Ah, warte. Ich stell mich. Ich stell mich. Ich stell mich gerade hoch, warte. Ist nicht hier dabei. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin beim Horler unten mit. Also ganz unten. Naja, du musst hoch. So, du musst hoch. Warte, wo steht. Ich hab bloß von unten angefangen, äh, zu looten, weil da ist ja zig Zeug schon von unten hoch zu. Boah, ich mag die. Irgendwie gefällt mir die. Ich stell's hier im Bett, hab ich mir am Arsch. Bestell das, ja. Mach's hier n, mach's hier n Teppichchen? Aha, da ist jemand, da ist jemand, ja. Ja, hallo, hallo. Guten Tag. So, Bett steht. Äh, so Speedy. Ja. So, du bist grad da, ja, ja, ja. Äh, hier ist auch noch Haufen, oh Gott. Also, dann sag mir erst mal du, weil ich hab grad hier. Hier sind... So, das ist so viel. Mach es, mach es mal dein Eventur voll. Ach, damit ich dann, wenn ich zu Tieren komme, keinen Platz mehr haben. Genau. Also, dann machen wir das. Oh, rauchloses Pulver, Waffenteile. Sehr gut. Autosauvers, sehr gut für Munitiones. So, jetzt kann ich gleich zu dir kommen, Speedy. Es gab Bonus. Bin auf dem Weg zu dem kleinen Speedy. Nach Britannia City. Achso, ok. So, wir haben Sprit dort. Spritdi, Spritdi. Wir haben Spritdi am Start. Mindestens drei. Ja, also, ich sag mal beim Speedy. Ja, hallo, bin ich, hier bin ich, hier, hallo. Ah, so. Jetzt sind wir ein, du. Wind. Mach ich. Wind. So, das hab ich gar nicht, das kann ich stecken. Hier hab ich auch noch draußen. Hier ist auch noch ein Zebu. Jo. Scheiße, du. Jo. Was hast du? Okay, ja. Genau, das Zeug hier drunter. Dann hast du noch hier. Nix. Jot. Na, aufzumachen wir uns. Da läch' mich doch am Zweck, ja. Naja. Oha. Oh, Munitione, die nehme ich gern. Hab ich da extra aufgehoben? So, mein Boot ist jetzt auf. Leder. Ready for step. Also, Leute, ich finde die Insel mega geil. Kommen Sie, kommen Sie. Die ist ja cool. Halt. Kommen Sie, kommen Sie. Ja, ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich bin ja unterwegs schon, ja. So, ich baue jetzt hier auch eine Rüstungsstation. Oha. Du baust eine Rüstungsstation. Ja, zum Reparieren gleich neben das Bett, unten. Und häng' jetzt mal ein Bild an die Wand. Weil wir haben ja eh genug. Mach das mal. So kann ich vielleicht was wegsnacken hier. Um irgendwie Platz zu schaffen. Speedy, was hast denn du so im Inventor? Was ich stecken kann, wäre Stoff, Komponenten, Klebeband, Verband, ich bin eins höher. Warte, ich komm runter. So, ich hab noch Luft jetzt, sag. Ich bin bei der Kiste, wo noch hinten drinne ist. Wo du auch schon warst. Ja, ja. So, Kiste, hm. Ähm. Hier sind nicht schlecht die Insel, Leute. Echt. Die finde ich ja cool. Das Problem ist jetzt hier, also wenn jetzt, na cool, du müsstest halt ein bisschen aufteilen, die Küche und bla bla bla. Ja, genau. So, ja, komm hoch jetzt. Aber verteidigungstechnisch. Ne, hier, ich seh' dich doch. Oder? Ach, hier. Ah, blöd. Ja, was ist das da? Ne? Ja, ich auch. Leute, sag's jetzt wenig. Ich glaub, wir ziehen heimlich um. Also, pass auf. Stoff. Ich hau doch mal nen Stoff raus. Ja. Was hast du gesagt? Hast du Benzin im Inventor? Ähm. Ja, 4er. Gut. Dann könntest du dir noch nen Aufnehmen. Ne, weg. Hab ich. Oh, ich bin voll. So. Ich könnte... Ich hab noch... Fünf Waffenteile. Ne, hab ich nicht. Kaputte Machinepistole. Cool. Hast du vielleicht Gummi, den du loswerden willst? Oder Schrottmitte? Oder Leder? Den Gummi kriegst du. Habt ihr Leder? Ähm. Ja. Leder. Ach Gott, dann kann ich auch bald nen Rucksack bauen. Also Leute, neu ist jetzt, dass wenn ihr jetzt die Kisten lootet... Gummi hab ich. Hau raus. ...sind die aber auch nicht verfallen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die bleiben stehen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, damit halt dann noch 10.000 dort wieder was spawnen kann. Das ist natürlich sehr nett gemacht. Damit wissen wir aber auch, was wieder spawnt. Zwillingsfelsen Sankenland. Okay. Nice. Der Sankenländer. Ja. Hier oben ist das ne Ente jetzt dran. Ja. Ah. Okay. Hab ich schon vorher nicht gesehen. Weil wir die jetzt eingenommen haben, ne? Das kann damit zusammenhängen vielleicht, ja. Okay. Nice. So, wir sind ja bei 90%, meine lieben Freunde. 90%. Hier oben ist noch Waffenkiste, schwarzes Pulver, Pistolenmunition. Bitte. All die kleinen Häuser. Du kannst doch so cool ne Küche oder so reinbauen. Das find ich mega geil. Du kannst das echt schön aufteilen. Ah, hier. Das hat richtig viel, äh... Hier vorne. Warte, boah. Dreh dich mal um. Ich hab noch was. Warte mal, ich hab ja auch noch was. Achso, du. Ah, ja. Seid da eben noch. Verpasst. Hier hinten, da ist noch was, ja? Äh, ja. Ja. Hab ich. Und ich bin voll wie ein... Ich bin voll wie ein Buslenker wieder, ja. Leck mir mal was. Ich bin jetzt auch wieder voll, aber wir haben, äh, genug Platz noch in... meinem Boot ist noch ein bisschen Platz zum Stecken vielleicht. Tschüss. Ich find die Aussicht da geil. Hier unten ist noch was. Äh, Ölgemälde und fernlos. Oh, fernlos kann ich ja nicht mehr sein. Äh, Halle, wo ist er denn? Da ist der Speedy, oder? Hier? Hast du noch Platz? Irgendjemand trinkt? Wir sind bei uns. Hier. Hä? Guten Tag. Wo? Ja. Achja. In den Haufen kann ich nicht rangehen. Hä? Weil ich kann rangehen. Ne, ich nicht. Ich hab da Ölgemälde und fernlos drin. Ne, bei mir ist da gelootet. Komplett. Ne, ich hab Ölgemälde und Parfüm. Hast du noch Platz, Vidi? Ne. Ich hab schon mal meine Dings auf, dass wir hier mal... Also ich hätt noch Verband. Äh, Verband hab ich Zahn im Inventor. Ey, das ist wie so eine kleine Stadt. Klebeband. Klebeband hab ich nicht im Inventor. Hab ich auch nicht im Inventor. Komponenten? Ja, die kenn ich, die kenn ich aufnehmen. Oh, das war gut. Oder? Dann... Komponenten, zack. Leute, ich glaube... Dann nehm ich das... Ich glaube... Ich hab noch ne Leuchtfacke. Dann umziehen. Mhhh... Klingt cool. Wenn du ein hochwertiges Parfüm hast, könnte ich das ausdecken? Oder ne hochwertige Ohr, Speedy? Ja, hab ich auch, oder? Hab ich auch noch ne hochwertige Ohr? Also loberiges Parfüm schmeiß ich hin. Gut, jetzt durfte es ja genug Platz haben. Und das war das letzte. Okay. Schaut euch das an, Leute. Habt ihr echt... Okay. Also für alle, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, die Insel... Macht die mal, ohne Scheiß. Und überlegt euch echt, ob ihr die einnehmt. Also wir haben sie jetzt sowieso eingenommen. Die ist jetzt... Also erst mal... Aber die ist die da... Die ist einfach cool. Aber die ist sehr gut gemacht. Gerade weil ihr halt überall links und rechts so kleine Häuser habt. Das ist so gut, dass... Da kann jeder für sich so ein bisschen was machen. Du kannst das Wasser direkt rumgesprengen. Demzufolge... Keinen Shot nehmen. Und... Bam. Aber ihr seid sehr, sehr, sehr weit oben. Das heißt, die Gegner müssen zwangshaft zu euch hoch. Außer... Das Spiel generiert die Gegner oben bei euch. Das wäre Scheiße. Aber ansonsten ist die Verteidigungstechnik natürlich easy. Und grad die kleinen Räume finde ich ja so cool. Ja, ist schön aufgesplittet, ne? Das bockt mich echt grad voll. Oh ja. Die kleinen Hütteln hier oben, das finde ich so cool gemacht. Das kannst du so geil aufteilen. Und du kannst dann immer noch Foundation setzen, wenn du was brauchst. Ja. Aber die Gegner müssen die Stufen hoch. Und wenn du das unterbindest, kannst du die immer an derselben Stelle abfangen. Ich mein, die können von ganz unten nach ganz oben schießen, das ist klar, aber... Aber das... Ohne Scheiß, du kannst auch deinen Boden übers gut verstecken. Also ich glaube... Ich glaub, die Insel gefällt mir richtig gut. Die ist ganz cool. Ist bis jetzt zumindest für mich die beste Insel. Also die gefällt mir uns jetzt am besten, muss ich echt sagen. Die ist... Wir haben sie ja erstmal für uns gesichert. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr spawnen. Ne, spawnen tut ja nichts mehr. So. Das ist ja schon mal vorteilhaft. Und da siehst du wohl noch richtig. Das ist die Frage, wollen wir erstmal zurück und das Zeug abliefern und dann vielleicht gleich nochmal eine Insel, noch eine bereinigen, wenn wir einmal dabei sind. Ja, bereinigen, wie das klingt. Naja... Wir klieren. Auslöschen, meinst du? Ja, also ja. Ich fände es gut, dass wir uns noch nicht so weit wegschaffen, ja. Also ich fände es gut, weil ich bin hungrig und durstig. Du nimmst da nie was zu trinken mit, ne? Ähm, ne. Ruppel. Halt, halt, halt. Ich bin nur... Warum? So Speedy, jetzt haben wir ja die Insel gemacht. Und wir haben ja vorher schon zurückgeredet, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ich werde nicht wieder laut und leise, aber wahrscheinlich ist es schon so. Es hat der Floh schon was gesagt. Gesagt. Ähm, was sagst du Speedy? Oder was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Sollen wir die Insel für uns beanspruchen und dort aufbauen? Oder ich? Speedy, was sagst du? Ähm, ich sag... Umziehen. Willst du es echt umziehen? Ja. I love you. Digga, vorhin hat er nämlich die ganze Zeit gesagt, ja, nicht so viel aufgebaut hier und... Und jetzt umziehen. Die ist gut, oder? Die ist echt nice, ja. Vor allem ein bisschen einfacher gestrickt als unsere bisherige. Einfach gestrickt und du kannst die Räume geiler aufteilen. Und wie gesagt, du bist oben. Ich glaube, dass... Also ich hoffe, das könnte ein Vorteil sein. Der Floh hat es ja gleich gefallen. Aber es ist halt Big Boss. Wenn der Big Boss sagt, dann... Tischt! Jajajaja. Das ist Demokratie, ne? Ne, das muss ich leider wirklich sagen. In Survival Crafting Games ist es leider wirklich so, da bin ich... äh, der Suchtkumpel. Also da muss es leider immer sehr viel nach mir gehen, weil ich leider immer den Sofa stelle. Ich würde ja nicht alles mitnehmen, aber... Oh, das ganze Zeug. Oh Gott. Das geht ja auch mal nix wozu. Ich würde jetzt... Also ich würde jetzt in Form dessen, dass wir ne Aufnahme haben... Hier und dieser einen Kiste baller ich jetzt den ganzen Schmuddel rein. Achso. Das ist ne Holzkiste. Das ist ne Holzkiste. Das ist ne zweite Holzkiste, da kannst du den ganzen anderen Rest drauf. Genau. Ich hole jetzt gleich noch das andere Zeug. Ich hole mir bloß mal das Leder raus, weil... Da wirst du. Das wäre sehr gut für mich, wenn ich den Rucksack bauen könnte. Endlich. Wahrscheinlich, ey. Wobei mir ein lieber YouTuber, mit Kollege, beziehungsweise ein Abonnent von uns... Ja, kann ich sagen. ...gesorgt hat, wie ich das umgehen kann, dass ich schon mal alles verliere. Ich musste es bis jetzt zum Glück noch nicht testen, aber... Beim nächsten Mal... Werde ich diesen Trick anwenden. Oh, ich hab's schon mal angewendet. Es hat funktioniert. Aber da hatte ich sowieso nichts im Inventor. Achso, ich behalte mal den Stoff und bisschen Holz drin. Und wenn wir die nächste Insel reinigen, setze ich gleich wieder ne Flagge. Genau. Da sind wir eiskalt, Jungs, da können wir nischt. So, ja, ich hab meinen geilen Rucksack, danke. Nice. So, ja, gut. Das ist schön, das ist schön. So. Okay, Holz nehm ich. Bam, bam. Oh, Teppich, cool. Dann würde ich gern das, das, das... Es ist jetzt kreuzig. Schöne gebratene Jakobsmuscheln, ja. Macht das. Vom feinsten. Ja, die hab ich extra für euch zubereitet. Ja, ne, ja. Jakobsmuscheln sind tatsächlich mit am besten. Mit Salz und Pfeffer und mit Liebe. Ich würde es zwar im, im Reolenleben nie übern Herz bringen, sowas zu fressen, weil... Ne, ne, ja nicht. Da lieber, lieber der dich voll Hunger oder dem Zeug, aber... Ne. Jakobsmuscheln, Meeresfrüchte, Tinte aufm Füller. Widerlich ist mein Lupe, ey. Schreibt's mir rein, Leute, in den Kommentaren. Ich weiß, es gibt nicht viele, die nicht Fisch essen oder Meeresfrüchte, aber ganz ehrlich, also... Das ist für mich der allerletzte Husten, ey. Das ist... Ach, klar. Boah, ist das widerlich immer. Muscheln, Krabben, Schrimps... Hat jemand Sprit rausgenommen? Rein damit. Sprit? Ja, ich hab... Benzin hier 15 Stück jetzt gerade eingepackt. In die Kiste? Ne, ich meine aus dem... Aus dem... Spritgenerator, sag ich mal dazu. Äh... Nö. Ne. Okay, das ist interessant. Aus dem Boot hab ich's rausgenommen. Ne, okay. Dann ist... Irgendwie... Nicht cool. Na, oh Gott. So. So. Ich wäre bereit. Ready for Spaghetti? Ready for... Spargetti. Ich hab da einfach jetzt alles, ne? Das... Immer unter Aufnahme zeigen, wie man hier... 20 Minuten lang das Zeich sortiert. Also, wo ist er am Schluss? Nicht. Ne, aber so noch nicht. Das ist ja wirklich Quatsch. Oh Gott. Ja, stimmt. Haben wir ja nie so gemacht. Ne. Haben bei Kofi gar nicht gemacht. Also, da haben wir damals so eine Hauptkiste getrun und dann hinterher... Alles einsortiert, ne? Also, das ist ja Käse. Was für... Was für eine Insel wollen wir denn... Als nächstes machen? Mutantensiedlung kann man ja sicherlich nicht für sich beanspruchen, oder? Sowas. Oh ja. Du kannst alle beanspruchen jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage... Wollen wir einfach... Ich mein, die Apartments sind ja zum Beispiel unter Wasser. Villa ist unter Wasser. Ja. Ja. Bezirk 43. Ja. Puh. Keine Ahnung. Man kann auch mal wieder was unter Wasser machen, ja. Kann man auch, ja. Die Frage ist... Also, mit der Map, ey. Mhm. Die Villa war auch unter Wasser. Ja. Da ist der Handelsposten. Was ist die? Bezirk 43. Das ist die Insel dort, ne? Mhm. Ist das ne neutrale Insel? Ne. Doch. Gezirk 43 ist neutral, tatsächlich. Und die Roten sind immer die, wo Gegner draus sind, ne? Genau. Da oben ist immer die... So. Das ist immer die Scheide. Hä? Die schwimmende Zuflucht. Oder Mutantenfloß hast du gemacht gehabt, ne? Genau. Das ist nicht komplett, weil ich da extra eine Kiste aufgehoben hab. Sturmgeweihte Außenposten. Kleine Felsen... Was ist hier der Sturmgeweihte Außenposten? Die hab ich, glaub ich, auch noch nicht gemacht. Ne. Währenddessen ihr jetzt noch hier rumbabbelt, fahr ich jetzt einmal mal los. Hallo? Ja. Dann kann ich ja mal gucken, was das so ist. Auf der Karte kann ich... Ich kann mir aus den Normen nichts nehmen. Naja. Schwierig. Ja, das Problem ist halt, ihr habt jetzt die Zwickisten so voll gerammelt, dass ich... äh... Gehen Platz mal habt, das ist einfach einzigartig. Ich muss noch eine dritte bauen. Genau. Dann gibt's noch eine dritte bauen. Ah ja, die ist neutral, genau. Bezeug 43. Sehe. Okay. So... Und da haben wir ja... Äh? Ach, das gilt für weiter. Sturmgeweihte Außenposten ist rechts von mir. Ach, das ist dieser... Das ist dieser Bunker, ja. Oder nee. Ach nee, das ist der Fluss, ja. Ja, und dann machen wir halt das Fluss ja noch, wo es genau vor unserer Haustür ist, oder? Nee, das Fluss... Warte mal. Wo bist du? Da, gehen wir. Da. Sturmgeweihte Außenposten, genau. Das können wir machen, ja. Ja, das ist nämlich ja ganz cool. Haben wir nämlich hier Fluss. 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 Das geht los. So, ich hab da Flagge. Gut. Einen Sprit hab ich noch mit. Ich warte auf euch hier, bevor ich angreif. Wo bist du? Vor allem war bei Harle mit. Ja. Los, Harle. Die ersten Zeitsch. Die sieht nämlich ja cool aus. Da ist ein Windrohr drauf. Sind eins, drei, vier, vier, fünf Gegner. Habt ihr beide schon viel Lager gemacht? Äh, ja. Gut. Dann, auf geht's. Zack. Also ich nicht. Ich hab damit. Gut, warte. Nee, warte ist nicht. Dann bist du... Ja, ich muss auch schon mehr. Nee, ich muss immer... Ja, ja, ja. So, wenn sie angefahren kommen, kriegen sie einen kleinen Platz. Ja, ja. Drue. Oh, da kommen sie aus. Es wird wieder die Insel... Die Inselstürmung bei Nacht, Leute. Wir haben echt gedrückt. Das ist... Mit der Zeit sind wir echt scheiße dran. Das ist wirklich zum Kotzen. Ja, wie gesagt. Das ist an sich... Wenn du die ersten zwei Angriffe überstanden hast, hast du da bitte Ruhe. Und dann kommen wieder zwei, drei Angriffe am Flug. Ja, Leute, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich warte bis... Oder ob wir warten bis ihr schreibt. Aber... Ihr könnt auf jeden Fall schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich glaube wirklich, wir ziehen dorthin. Mhm. Alleine, weil ich... Ich finde die Insel einfach mega... Die Idee ist wirklich sehr, sehr cool. Also die gefällt mir echt gut. Die sieht ja cool aus. Ja, die sieht ja nur cool aus. Die ist ja auch cool aufgeteilt. So, warte mal. Wo bist du auch hier? Oh, ja, ne. Das ist alles neu, ja. Hallo. Moin. Ich fahr ein bisschen weiter ran, weil es geht nicht anders. Ja. Schön. Bist du bereit? Ich bin bereit. Nee. Ja. Warte. Gleich. Na, was ist das da? Boah, Alter. Das ist wieder mal echt. Nein, hab ich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ne, nicht. 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 Also man sieht es wirklich nicht, wer das ist. Das ist wirklich scheuer. Ich hab einfach unter dich. Ich bin bereit. Oha. Ich bin rein gefahren. Ich geh ganz hoch. Ist noch einer ganz oben? Ja. Ganz oben das. Ne, bin ich. Das bin ich. Aber es gibt noch einen Gegner. Oh, irgendjemand ballert doch hier noch. Ah. Von unten. Von unten? Unten. Hier. Bei mir. Jo. Hab ich. Ist dort. Ja. Das wars. Aber der kommt glaube ich noch immer. Ne. Das wird wohl doch nicht. Das wird doch auch alles sein. Okay. Finde ich. Alles klar. Alles down. Boah. Leute. Warte ich spring mal hier kurz. Dass der mich nicht abknallt. Seht ihr mich? Ne. Ich bin oben im schönen Bluten. Ich seh gar nix. Ja, ich bin ja voll im Bluten. Du bist. Ja. Egal wer jetzt kommt. Hauptsache wir haben das Zeug. Loot. Loot. Um. Geweiten. Aus einem Posten. Nicht schlecht. Da ist auch nett. Ja. Ja ist auch nett. Aber zu offen. Und zu. Das sieht halt einfach cooler. Ne. Das sieht halt einfach cooler aus. Aber sowas kann man auch selber bauen. Als Schluss. Das fand ich auch cool damals. Also das fand ich auch cool. Hab ich auch mal gesagt. Das ist eigentlich alleine. Ne zu geil. Ging aber zu dritt. Jetzt echt easy. Aber man muss halt. Man sieht halt auch. Welche Inseln für den Anfang gedacht sind. Und welche nicht. Ne. Also jetzt. Moin. Tag. Anhand der Gegner. Ne. Die waren jetzt wirklich nicht Schwertengegner. Sturmgeweihter Sankenländer. Haha. Eingenommen die Schnuddel. Hab ich. Limonelle. So. Wie gesagt. Ich weiß nicht. Ob es cool ist. Wenn man alle Inseln einnimmt. Aber mach ruhig. Warum nicht. Es kann nix schon. Ne. Denk ich nämlich ja. Ich weiß nicht. Ob das. Welchen Einfluss das hat. Ja. Die haben auch einen Postpfeil. Wenn du sagst. Das ist ja grundlegend. Also. Eigentlich. Egal ist. Ob du die Inseln einnimmst. Und deswegen die Leute so und so spawnen. Dann kannst du sie auch einnehmen. Weil es ist ja wurscht. Weil es ist ja wurscht. Wie gesagt. Vielleicht verarscht man so das Spiel. Weil du ja dann zig Außenposten hast. Das weißt ja dann nicht auf welchen du bist. Das ist richtig. Das ist ja eine ähnliche Taktik wie bei Seven Days to Die. Genau. Die greifen ja auch bei uns daheim an. Obwohl wir nicht dort seien. Also. Es ist ja eigentlich im Endeffekt genau das gleiche. Oder? Wir könnten ja dann auch hier herkommen. Wir sind ja aber gar nicht. Das ist wie bei Seven Days to Die. Da hast du ja eine Blutmond Basis extra. Zu 100 Mollen Basis. Und der Blutmond Basis. Da kämpfst du. Und deine Hauptbasis bleibt eigentlich relativ verschont. Ja. Mein Lieben Freund. Wir haben 95%. Es fehlt noch eine Kiste wahrscheinlich. Oder eine. Oder Wasser. Oder Wasser. Oder irgendwo. Unter Wasser ja. Eventuell ja. Wollte ich behaupten. Weil hier ist nichts mehr. Also ich seh nichts mehr. Warte mal. Warte mal. Taucht ab. Es kommt grad was. Irgendes Stück dunkel. Ich seh gar nichts. Es ist 21 Uhr. Es ist keine gute Idee. Tauchern zu gehen jetzt. Ich hab grad was gesehen. Also es ist bei 95% muss es noch eine Kiste oder irgendwas sein. Oder ein Schrottmetalllager. Irgendwas größeres zu looten. Auf jeden Fall. Es ist keine Jakobsmuscheln oder sowas. Hier hab ich noch was. 100% ich hab's gefunden. Ja ich hab grad noch so einen Typen gelootet. Der hier an der Seite hängt. Da haben wir es dann fertig. Ja nice. Das war mal easy. Nice. So. Jetzt muss ich nicht durch das Hirn. Ab ins Wasser. Schwimmen. Ja. Das Problem ist jetzt. Wenn wir jetzt weiter draußen kommen. Ich weiß nicht. Kann man die Flacken vorbeändern? Weil. Ja ja. Die kannst du ändern ja. Muss man vielleicht mal machen. Wollen wir noch auf einer Insel die klein in der Nähe ist. Oder nicht. Ja. Du fährst voraus. Ja. Ich gönne euch den. Warte ich mach den Peak. Ich guck mal nach. Aber es macht ja einfach mal Spaß solche Inseln abzuluten. und dann einfach als, keine Ahnung. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Leute, jetzt kommt's nochmal hart. Ich hab keine Munition mehr. Ich will's bloß sagen, ich hab keine Pistolenmunition mehr. Oh Gott, ich seh's schon kommen. Zuflucht? Ach genau, ich glaub, du wärst noch mehr. Das, ich wusste doch. Verdammt. Okay. Die wird hart, ja. Aber wie gesagt, hat jemand noch Pistolenmunition? Muss ich gucken. Beim Fahren kann ich das schlecht gucken. Äh, Pistolen hab ich noch, 120, ja. Alter, wie schön. Okay, dann musst du mal 60 in Truhe legen hinter dir, bitte. Das vor uns hier? Hab ich. Ja, ich bin mit der Zuflucht. Okay, warte, nochmal, warte, oder? Zack, nochmal 30. 90. Reicht. Danke. Okay, kein Ding. Hast du auch nicht in die Truhe gelegt? Doch. Nee. Truhe? Hä? Du bist bei mir auf dem Boot, oder? Jetzt so. Ah, jetzt hab ich 60 drin, okay. 60 reicht, okay. Seid ihr ready? Ich bin soweit, ich tu grad noch ein bisschen was ab. Ich bin voll. Wir können los machen. Ein bisschen zurück. Jo, perfekt. Da oben den Hammer. Sehr schön. Haben wir nicht so schön, so schön. Ah, wir haben nicht so schön. Stäbe hat doch gerne gefunden, ne? Zum. Zum. Leuchtstäbe. Alter, wie packt die da rum? Alter, ein. Lass'n das. Sorry, ich hab jeden von euch abgeschossen. Naja, ich. Ich net. Ich bin hier vorne. Also, ich bleib unten erst mal. Ich bin auf die Insel drauf. Auf. Ich glaub unten lang. Oh. Der andere bin ich. Jaja, hab ich das. Du warst noch genug. Gut, okay. Ja, genau. Er hat mich schon bei mir. Die werd ich nämlich gleich mal schießen. Ich hau jetzt mal so ein Leuchttorb dort hoch. So was sehen hier. Okay. Uh. Oh, da war gar nicht schlecht. Oh, nice. Moin. Hallo. Taktakt. Gut, das ist auch nicht schlecht so, den kleinen Puts. Oh, Gott. Mp... Ja, Alter, hab ich. Oh, ja, 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 ja. Hab ich. Hallo, hab ich. Oh, nice. So, ich werde schon. Ganz oben war immer, ja. Oh, Gott. Zweier unten im Container. Ja, schaffst du schon. Jo, hab ich. So, hier hab ich ja viel, oh da gibt's aber, hier gibt's Krabben und sowas, okay nice, auch nicht schlecht, boah schicke Sneaker, Stöckelschuhe, okay, also nicht bei unten aus dem Map, das weiß ich mal so, so hab ich noch Platz für Holz, nein, weiße, das ist noch ein Fass, ist noch ein Gegner da Leute, irgendwo, ja aber ich guck gerade da, ja rum, Ja, gerade, Vorsicht, netz schießen, entweder ist er im Wasser, möglich, ja Oh cool, das ist ein richtiger Schiffswrack, ne, das ist ja ganz geil, Vorsicht, naja, ich, das seh ich, aber, hä, wo soll die, ah, jetzt hab ich hier den Schuss abgehört, ganz oben Jo, hallo Du Dreckig, ne Ich hab gerade nicht viel zu lachen darüber, ey, weil da ist sich versteckt auch, das weiß ich gar nicht, weil ich war hier oben und hab den nicht gesehen, da muss noch gespawnt sein, oder was Hm, womöglich auch Hier ist noch ein Fass mit Holz, falls jemand noch Platz hat Bin dabei Oh Sehr gut Geil Sehr gut Schön war's 91% Ah, es ist Licht an der Okay, ja, es ist alles, das Licht, das Licht, das ist super So, Daufe sind die Fackeln nicht schlecht Okay, Pilze kann ich keine aufsammeln Zählen die Gegner eigentlich? Kann es sein? Ne, 300 Klar, wenn du, also, ich festzuhalten, ne, ne, zählt natt, zählt natt So Überfall immer bei Nacht hier bei uns, Leute, das ist wirklich so, wir sind ja Okay, dann stopp' auf Oh, ja Wir sind die letzten Assis, wir kommen bei Nacht Und töten Ihr seht nicht in der Aufnahme, aber wir reißen es irgendwie trotzdem, alles gut Wir töten sie alle Das ist die hier so grün Muss ich auch noch reintauchen ins Boot? Ne, das war cool gewesen, oder? Das ist hier so ein Haiermarsch, ne? Da musst du mal aufpassen Ja Genau vor dem Boot Ähm, ich hab nichts mehr gefunden, ich weiß nicht, wo noch was sein soll, aber es ist noch was da Ich guck gerade, ob es unten drunter irgendwas ist Hab ich auch gerade geguckt, aber hab ich nichts gesehen Wir sind bei 93% Also es sind mindestens noch ein, zwei Kisten, beziehungsweise ein, zwei Äh, Loot Spots Ja Damit meine ich, wie gesagt, wieder nicht Jakobsmuscheln oder Metallärz, das zählt Das hat nur 2% Das ist ja Pilze, die kann ich noch mitnehmen Ja, Pilze kann ich nicht mehr aufnehmen 100% Gold hab ich Das zählt, das zählt dann auch die scheiß Pilze, die noch rumlagen, ne? Okay, na, tut gut Soll ich noch ne Flagge setzen? Wie ihr möchtet Ich werde sie krönen oben auf des Wipfels Zinner Ich sag mal so, wir machen jetzt alle Flaggen, äh, rot Äh, wo nicht unsere Hauptbasis ist Dass wir nicht durcheinander kommen Rot Auf dem her ist blau, grün, ist mir scheißegal Äh, aber gelb ist haupt Ich würde sagen, gelb ist hauptflager, das sieht man ganz gut aus, echt Rot So, jo Gott Nice, Leute, da haben wir ja mal richtig cool gelootet Weil jetzt haben wir nämlich schon das Problem Dass wir, wenn die, wenn die Boden Alter, die kommen wir weit ran Fische Diesen, diesen Lebensmittel Ich sag's euch, die sind Lebensmittel Die übrigens wissen Ah ne, die haben's satt Ja Ja, wieder zwei Inseln angenommen, Leute Nice Und endlich mal angefangen, mal die Insel wieder abzusäubern Das gehört ja auch zum Spiel Definitiv Ja Wie gesagt, ich hab noch eine richtig coole Insel, aber die ist halt sehr groß Warte, warte, warte Oh, wir haben schon angegriffen Ach, nee Ja Aber, das muss jetzt nicht die Insel sein Muss nicht Ich hab davon aus Das ist ein Dreckhund, Alter Das ist ein Dreckhund, Alter Ach, ja Ich hab's echt gemacht, das ist nicht ernst Ich hab's schon wieder sowas von satt Ah, nee Sehr gut Opsalat, aber aus Versehen Das war ne Also Sankenlenze zweit macht eigentlich auch ganz viel Spaß, muss ich so sagen Ja, ja, knallig weg, komm Hier ist das Dorf, weißt du, hier kann Da bin ich nicht, nein, keiner, das geht mich nicht, da Ich bin drübergesprungen Ja, ich bin halt rein, ne Das ist doch wie auf dem Basar hier Ich hab ja, 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 nix gemacht So Das ist wohl wahr, oder? Nein So Ähm Ja Also, wenn ihr seht schon, wenn wir zu dritt looten Ist echt Also, ich bräuchte noch ne Truhe Ja, genau Alten Scheiß brauchst du jetzt Wir haben das Schottmetall War ne Vierteltruhe Durch das neue Stacking Ne Vierteltruhe Platz Die ist komplett voll Komplett Also, das ist schon krass Kann ich jetzt eigentlich Weil ja jemand hat es geschrieben und ich weiß, dass es geht Oder ging mal Ja, okay, es geht wieder, okay Man kann nämlich jetzt auch die Waffen wieder zulegen Die er findet, zum Beispiel Mareten Oder so Stollwaffen Und dann kriegt der Stolpern wieder raus Das ist eigentlich ganz nett gemacht Ja, da bist du auf jeden Fall, ja Einfach mal die Kiste voll, ja Ja, mach ich Ja, 42 Minuten Würde ich sagen Oh, hier ist ja Gut, mit was seid ihr gefahren? Mit dem bin ich gekommen Habt ihr eure Kiste, die leer? Auf dem Boot? Ne, ne, ne Ne, gutes Willen Oh, die ist voll? Die sind doch alle Bädel leer Ja, wir haben ja nicht so viel geludet Also, ist ja Dann ist ja nicht voll Ist doch gut Voll ist ja nicht Habt ihr die Kiste geludet? Ne, 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 ne Sie ist ran voll Wir haben sie nicht geludet, weil sie nicht voll ist Ja, ja, ja Was soll man da noch sagen? Best nix mehr Ja Manchmal ist es besser Definitiv Ne, aber Ich fand es am schön Ich fand es schön, dass wir hier mal die Insel ein bisschen Abgeformt haben Vor allen Dingen waren die ja ziemlich cool Also ich fand die Ich fand die Inseln sehr interessant Ich fand das Floß ziemlich cool Ja Und jetzt haben wir mal ein paar Punkte außerhalb der Korte Wo eigentlich niemand mehr spawnen kann Die man auch dann vielleicht später hin Wenn sich neues Zeug dort ansammelt Und wieder spawnt Neu looten können Um gewisse Items zu holen Das ist ja für uns auch dann angenehm Wenn man nicht davon ausgehen muss Jetzt muss ich erst wieder gegen 10.000 Leute kämpfen Sondern ich gehe einfach mal drauf und gucke was neu ist Ähm Ja, ihr schreibt natürlich rein Zu den ganzen Fragen Und Sachen, die passiert sind Auch wie der Harle Oder was er so gefragt hat im Video Schreibt rein, was er dazu meint Wir freuen uns mit euch in den Kommentaren zu diskutieren Ansonsten sehen wir uns wieder Im nächsten Sankt-Millen-Video Wenn dann vielleicht der Harle schon Auf der neuen Insel angefangen hat zu bauen Dann wird es eh nicht gelassen können Oder Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Wenn wir dann hier Keine Ahnung Die nächsten Inseln Und so unseren Nörgel-Reisen Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei Bis dahin Ciao Leute Genau, bis zum nächsten Mal Und äh, wieso mach ich Wir Aber Möglich ist alles Bis zum nächsten Mal Und schön mit dir Tja, auch ich hoffe Euch hat's gefallen Lasst ein bisschen Kohl da Ein bisschen Aua Verdammt nochmal Wer war das? Wer von euch Figuren war das? Ich nicht Ich bin gerade am Einrollen, Alter Wer hat's ja wohl Leckt mich doch an Naja, das macht er mit Absicht Also wer das war, das finden wir am nächsten Mal aus Ne? Ich bin tot, ne? Ja Leckt mich Klunker Ja, ich hab Das ist so ein Ficker Das ist so ein Dreckischer Also beim nächsten Aufnahmen, Alter Ist der Klunker fällig Wenn ihr sehen wollt Ja, da findet ihr es Bis dahin Macht's gut Tschüss Tschüss Du kleines Arschloch, du Elendes Leckt mich doch Aber Krabbe Kleiner Wicht Also Da Wicht Hihihi